Grüezi miteinander, mein Name ist Gabriel Frei, ich bin 21, komme aus Ehredingen im Kanton Aargau und bin jetzt im ersten Lehrjahr als Zweitausbildner auf dem Betrieb der Familie Hübscher auf dem Liebensberg in Bärtschiken und möchte gerne Lehrling des Jahres werden. Meine erste Ausbildung war ja das KV, die habe ich beim Schweizer Bauernverband gemacht in Brugg und dann war ich logischerweise schon mit dem Thema konfrontiert, bin zu Hause auch auf einem Landwirtschaftsbetrieb aufgewachsen und für mich war dann immer so die Frage, steige ich richtig Landwirtschaft ein oder ist es Informatik, die die Überhand nimmt und nach dem Militär habe ich mich dann irgendwie einfach so aus dem Bauchgefühl entschieden für die Landwirtschaft und jetzt bin ich da und es war eine gute Entscheidung. Meine grösste Motivation in der Landwirtschaft ist eigentlich die Vielfalt, die man im Beruf hat. Es ist eigentlich kein Tag wie der andere, auch wenn man irgendwie wieder dasselbe macht, mit den Tieren zusammenzuarbeiten ist immer etwas anderes und die machen auch etwas, was sie wollen und dann muss man da schauen, dass sie trotzdem noch das machen, was man am Schluss selber erreichen möchte. Und auch mit den Maschinen, es ist das eine Mal funktioniert vielleicht etwas nicht, dann ist das Wetter noch ein Faktor. Ich denke, so ein vielseitiger und herausfordernder Job wie die Landwirtschaft ist schwierig zu finden. Das motiviert mich. Die Idee ist entstanden, weil ich so ein bisschen filminteressiert bin und dann habe ich das gesehen, wie man das macht und dann habe ich gefunden, hey, das ist gar nicht so schwierig. Und dann bin ich mit der Schwester einen Nachmittag lang da auf dem Betrieb gewesen und habe da die Szenen zusammengestellt. Ich gehe an den Strickhof in Lindau in die Schule und mein Lieblingsfach, wenn ich eines aussuchen müsste, weil es sind alle mega interessant und es ist wieder die Vielseitigkeit. Aber diese Haltung, weil dort haben wir einen ganz genialen Lehrer. Die Zukunft der Schweizer Landwirtschaft ist im Moment gerade eine schwierige Frage vor so einer monumentalen Abstimmung, wo wir stehen. Aber ich denke, die Landwirtschaft hat immer eine Zukunft, weil solange wir das Essen nicht gerade aus dem 3D-Drucker rauslassen können, da besteht immer eine Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Lebensmitteln, die vielleicht auch aus der Region kommen und die Leute sehen, wie das produziert wird. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir im Dialog mit den Konsumenten stehen, dass die auch sehen, woher das kommt und wieso wir Sachen machen, die wir machen. Sei es jetzt eben beim Pflanzenschutz, weil das zum Schützen ist und nicht irgendwie zum Ausbringen von diesen Mitteln. Und da sehe ich die Zukunft der Landwirtschaft, dass man mehr auf Aufklärung setzt. Es steht so eben das Havel, also Fachhochschule Agronomie, steht zur Diskussion oder eben dann doch eher eine Weiterbildung Richtung Informatik, weil auch die ganze Digitalisierung interessiert mich extrem und da muss ich mich noch ein bisschen entscheiden. Das ist die Notina, das ist meine absolute Lieblingskuh. Sie wird jetzt vier und bekommt das dritte Kalb im Mai. Und ja, auf die Leistungsdaten müssen wir da nicht im Detail eingehen. Es ist keine Hochleistungskuh, aber vom Charakter her ganz eine gute. Und es ist eigentlich so ein bisschen lieber auf den ersten Blick gewesen, als wir uns gesehen haben. Und sie kommt eigentlich immer so beim Misten oder so diskret hinter einem an und möchte gestreichelt werden. Und es ist ganz eine gute. Gell, Notina? Vorher habe ich wahrscheinlich als Ausgleich zur Arbeit im Büro eher auf dem Betrieb zu Hause geholfen. Und jetzt, als Ausgleich zum Betrieb, gehe ich eher ins Büro und widme mich der Informatik. Und jetzt, die letzte Zeit habe ich auch gerade ein paar so Aufträge bekommen. Und jetzt habe ich mich so nahe selbstständig gemacht. Und mache so Webseiten. Eigentlich für den Turnverein habe ich es jetzt gemacht. Und für ein paar Kollegen, für so Hofläden auch. Sie sollten für mich als Lehrling des Jahres stimmen, wenn sie das Video sympathisch gefunden haben. Und wenn sie das Gefühl haben, ich hätte den Titel verdient. Danke vielmals und auf Wiedersehen. Danke vielmals.